Musik 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 Ein herzliches Willkommen, liebe Fußballfreunde, dem Anlass entsprechend. Vor zweieinhalb Jahren morgens ein netter Anruf, ein Herr Ulrich Kühne-Helmesser. Ich habe ihm das erzählt, was ich für Ideen zu diesem Thema habe. Er hat dir das angehört, hat den ganzen Content eigentlich komplett übernommen, hat über ein Jahr daran geschrieben. Jetzt haben wir dieses Buch fertig. Ich bin dann ganz stolz mit diesem Buch, wo über 5000 Bundesligaspieler drin sind. Musik 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 Ein Buch ist perfekt, um die wenigen Momente, die es gibt zum Stöbern, für genau das zu nutzen. Und zu blättern und zu gucken, wer hat heute gerade Geburtstag. Das verbunden mit Bundesliga und so, das macht auf jeden Fall Sinn. Musik Es ist natürlich für mich etwas ganz Besonderes. Es ist so eine Reise in die Vergangenheit. Und diese Reise in die Vergangenheit ist immer verbunden mit Emotionen. Und ich glaube einfach, dass davon einfach vieles lebt. Musik Musik Hier oben im Penthouse war ich noch nie. Das ist eine Sensation, der Blick auf Frankfurt, die Skyline, rundherum, eingebunden in den wunderschönen Taunus. Also eine schöne Location zur Präsentation dieses neuen Projektes. Kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Ich treffe endlich mal wieder so ehemalige Spieler wieder, die du lange nicht gesehen hast. Und du lernst ihn jetzt mal privat kennen und sagst, Mensch, du bist ja ein super Typ. Ich glaube, es wird vielen Leuten Freude bereiten, weil es in dieser Konstellation einfach, es nie noch nie gegeben hat oder noch nie geben wird. Musik 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 Vielen Dank.